Weit weg, das sagen Lyscher und Lus Familien zum Mallorca-Umzug. Lyscher und Lu bauen sich ein neues Leben auf, und zwar fernab ihrer Familien. Die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten haben ihrer Heimatstadt Berlin vor ein paar Monaten den Rücken gekehrt und sind nach Mallorca ausgewandert. Auf der Baleareninsel sind die YouTube-Stars so richtig glücklich. Aber wie gehen Lyscher und Lus Familien eigentlich mit dem Umzug nach Mallorca um? Im Promiflash-Interview sprach Lyscher über die Reaktionen ihrer Eltern. Wir buchen allen ständig Flüge zu uns nach Mallorca, betonte Lyscher gegenüber Promiflash und freute sich, sowohl meine als auch Lus Familie war schon oft bei uns, und sie lieben es. Natürlich sei es nicht leicht, dass man seine Liebsten nicht einfach mal so spontan treffen könne, allerdings führte die YouTuberin auch einen Vorteil auf. Die Freude darauf, dass sie ab jetzt immer kostenlos Urlaub bei uns machen können, überwiegt alles. Und nicht nur das, offenbar haben Lyscher und Lus ihre Familien mit ihrer Auswanderung nämlich auch inspiriert. Mein Papa spielt sogar schon mit dem Gedanken, bald auch nach Mallorca zu ziehen, verdeutlichte die ehemalige Sommerhausbewohnerin die Begeisterung ihres Vaters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017